Hallo und willkommen bei Hardware-Rat. Hier die Technik-News der Kalenderwoche 23, 2019. Fangen wir erstmal an mit PCI-Express. AMD hat nun leider bestätigt, dass PCI-Express 4.0 auf dem AM4-Sockel nur für Mainboards ab der 5. Reihe geben wird. Es hat nämlich so ausgesehen, als ob es auch für X470 Mainboards oder so gehen wird, weil auf einmal beim neuesten BIOS-Update, der für die nächsten AMD-Prozessoren ist, gab es den Menüpunkt auf einmal PCI-Express 4.0 oder PCI-Express Generation 4. Allerdings ist es leider nur ein Fehler gewesen. AMD hat auch gesagt, bei den kommenden BIOS-Versionen wird es dann nicht mehr mit drin sein, der Menüpunkt. Also war lediglich ein Fehler. Nur Mainboards der neuen 5. Reihe werden auch PCI-Express 4.0 unterstützen. Jetzt kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt. PCI-Express 5.0 wurde jetzt final abgeschlossen. Lustigerweise wieder genau zu dem Zeitpunkt, wo die vorherige Version dann auch endlich erscheint. Also PCI-Express 4.0 wurde genau dann vorgestellt, wo die erste Plattform mit PCI-Express 3.0 herauskommt. Und das ist genau wieder so. PCI-Express 5.0 wird genau dann vorgestellt, wenn die erste Plattform mit 4.0 herauskommt. Also die erste Plattform für Heimrechner mit 4.0. Und es ist eigentlich wie immer bei PCI-Express 5.0 wird doppelt so schnell werden wie 4.0. Und auch abwärtskompatibel sein bis runter zu PCI-Express 1.0. Also könnt eure PCI-Express 1.0 Karten auch immer noch in 5.0 verwenden. Nächstes Thema. Windows wird ein neues Feature bekommen. Und zwar ab der Version 1903 unterstützt dann auch Windows die Variable Bild-Synchronisation bzw. für Spiele unterstützt er das. Da jetzt Intel, AMD und Nvidia alle Variable Bild-Synchronisation unterstützen, ist jetzt quasi ein normales Ding von PC. Jedenfalls mit neueren Monitoren und neuerer Hardware. Und deswegen wird es jetzt in Windows mit reingemacht, so damit auch ältere Spiele dies dann unterstützen. Also man braucht nicht mehr vom Game-Entwickler quasi eine zusätzliche Optimierung, sondern das geht jetzt auch so. Und da hilft halt Windows, dass es dann auch bei älteren Spielen genauso funktioniert. Samsung ist zur AMD hingegangen, weil Samsung macht seit jeher ziemlich beschissene Mobile-GPUs für ihre Handys. Und deswegen hat sich Samsung gedacht, wir kriegen das wahrscheinlich selber nicht auf die Reihe. Deswegen sind sie dann zu Samsung hin und haben deren RDNA-Architektur lizenziert, damit sie die dann vermutlich, wahrscheinlich, dann auch zukünftig in ihren Smartphones verbauen können. Dass es dann halt quasi so Smartphone-Ableger gibt mit dieser Architektur, damit auch Samsung GPU-technisch ziemlich weit oben mitspielen kann. Die Gerüchteküche brodelt übrigens mal wieder und zwar Nvidias Antwort auf die neuen AMD-Grafikkarten. Und da gibt es so viele Gerüchte. Ich tue sie bloß kurz zusammenfassen. Das erste Gerücht ist, die Grafikkartenpreise werden einfach nur sinken von NVIDIA. Also der UVP wird gesenkt. Dann gibt es natürlich was von NVIDIA, was sie angekündigt haben. Das NVIDIA Super oder Super, ich spreche es mal deutsch aus, Super. Wo quasi neue Refresh-Grafikkarten werden eventuell. Oder quasi die TI-Version der Grafikkarten oder Super-Version der Grafikkarten, die jetzt auf dem Markt sind. Wo einfach, ja da gibt es auch wieder zwei Theorien. Die eine Theorie ist, die werden einfach nur ein bisschen mehr Takt haben und schnelleren Speicher. Die andere Theorie ist, sie werden etwas mehr Shade-Einheiten haben, etwas mehr Takt und etwas mehr Speicher. Und dann gibt es auch noch die Vermutung, dass NVIDIA vielleicht also nur eine 2070 Ti herausbringen wird. Man weiß es noch nicht so ganz. Also Gerüchte gibt es viele. Jedenfalls erwartet man aufgrund dieser Gerüchte auf jeden Fall eine Antwort von NVIDIA an AMD, was deren Navi-Grafikkarten angeht. Nächste News. Apple hat einen Bildschirmständer für 1000 Dollar herausgebracht. Es gibt mal wieder Zickenkrieg in der Hardware-Welt. Und zwar diesmal feuert Intel gegen AMD. Weil AMD bei ihrer Vorstellung von dem neuen Roam-Server-Prozessor wohl scheinbar Intel schlechter dastehen lassen haben, als es in Wirklichkeit war. Und zwar mit veralteter Software und so weiter. Und Intel sagt, ja ich finde es scheiße, dass ihr nicht das Produkt gezeigt habt, was bei uns als nächstes rauskommt. Obwohl AMD natürlich gar keinen Zugriff auf dieses Produkt hat. Aber Intel hat dann halt selber nochmal mit einer Grafik gezeigt, so ey, das kann dann unser neues Produkt. Und deren quasi dieser Dual-CPU in einem mit 56 Kern soll dann besser sein als der 64-Kerner von AMD. Und natürlich weiß man jetzt auch nicht, ob das wirklich stimmt oder inwieweit es stimmt. Weil Intel kann natürlich genauso bei den Benchmarks geträgt sein. Beziehungsweise machen immer alle Hersteller. Deswegen vertraut niemals Benchmarks von Herstellern. Niemals. Heute Nacht, also heute Montag um 0 Uhr. Ne, das ist Dienstag. Ja, Dienstag 0 Uhr, also Montagnacht auf Dienstag. Ist AMD auf der E3. Kann man sich dann anschauen. AMD redet unter anderem dann über Raytracing. Was genau da geschehen ist, werdet ihr dann nächste Woche in den Technik-News sehen. Oder ihr schaut es euch im Livestream an oder liest es irgendwo oder so. Und die letzte News von heute. Es wurden Benchmark-Ergebnisse zum AMD Ryzen 3600 geleakt. Jedenfalls von einem Nutzer. Im User-Benchmark erreicht der Prozessor ähnliche Werte wie der 8700K. Im Geekbench wiederum hat der Prozessor so eine hohe Single-Core-Leistung wie der 7820K. Also der i7 7820K. Das ist so viel wie noch kein Ryzen zuvor. Was auch logisch ist, das hat man ja auch angekündigt. Aber das wird es ein bisschen bestätigen. Und die Benchmark-Ergebnisse, die sehen eigentlich ganz legit aus. Man muss allerdings noch auf viel, viel mehr Benchmarks warten, weil die beiden, die sind jetzt nicht so aussagekräftig natürlich. Aber es zeigt schon mal, dass sich bei AMD gut was getan hat. Und ich denke mal auch, dass er echt ist, also dass da nichts gefälscht wurde. Das war es dann aber auch mit den Technik-News für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr sagt, gebt dem Video einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, lasst ein Abo da. Dann bis zum nächsten Video.